Bahnradweg Hessen Der Bahnradweg Hessen ist kein eigenständiger Radweg, sondern verbindet bereits vorhandene Radwege in Osthessen, Region Vogelsberg und Röhn. Die Länge der Strecke beträgt nach offiziellen Angaben 245 Kilometer. Etwa die Hälfte der Strecke verläuft auf ehemaligen Bahnstrecken, der Rest auf vorhandenen Radwegen und Nebenstraßen. Das wesentlich Neue an diesem Radweg ist die neue Beschilderung mit einheitlichem Logo. Im Rahmen der Beschilderungsaktion wurde zum Beispiel auch der Solzthaltweg als Teil der Strecken neu ausgeschildert und ebenfalls mit einem eigenen Logo versehen. Streckenprofil Länge, 245 Kilometer Ausschilderung, zusätzliches Schild mit Logo und Kilometrie R.U.N.G. Steigungen, auf den Bahntrassenabschnitten eher gering, außer Südbahnradweg, dort erhebliche Steigungen oder Gefälle. Jenseits der Bahntrassen eher überdurchschnittlich, da Verbindungen quer über Land geschaffen wurden, die die Enden der Bahntrassenwege verbinden. Wegzustand, gut bis sehr gut, überwiegend asphaltiert bis auf einige Abschnitte zum Beispiel am Ulstertalradweg, Naturschutz. Verkehrsbelastung, gering. Geeignetes Fahrrad, jedes Fahrrad, Einschränkungen für Rennräder in Teilbereichen, berggängige Schaltung beim Südbahnradweg. Familieneignung, überwiegend geeignet. Inline-Eignung, auf den meisten Bahntrassenradwegen geeignet, außer Abschnitt Ulstertalradweg, Südbahnradweg steile Passagen. Hintergrund der Radweg setzt sich zusammen aus den einzelnen Bahntrassenradwegen und deren Verbindungen untereinander, Vulkanradweg, zusammen mit der Strecke Bad Salzschlirfquäck, Vogelsberger Südbahnradweg, Milseburgradweg, Ulstertalradweg und Solsthalradweg. Einige Bahntrassenradwege der Region wurden nicht in die Strecke mit einbezogen, zum Beispiel der Kegelspielradweg, Hessen. Mit der Bahnregionalexpressstrecke, Mittelpunkt Frankfurt, Hanau, Wächtersbach, Fulda Regionalbahnhöfe, Mittelpunkt Altenstadt, Glauburgstockstadt Lauterbach, Bad Salzschlirf Mittelpunkt an der Strecke Fulda, Gießen, sowie der Bahnhof Bad Hersfeld. Fahrradbusse Rhön, Siehe-Ulstertalradweg, Rhönradbus Vogelsberg, Siehe-Vulkanradwegenreise Mit dem Fahrrad mehrere hessische Radfahrnwege bieten eine Einstiegsmöglichkeit in den Bahnradweg Hessen, Hess. Radfahrnweg R1, Mittelpunkt Fulda und Bad Hersfeld, Schlitz-Hess. Radfahrnweg R2, Mittelpunkt Fulda und Lauterbach-Hess. Radfahrnweg R3, Mittelpunkt Abschnitt Hanau, Wächtersbach, Abschnitt Fulda-Bei-Hilders, Hess. Radfahrnweg R7, Mittelpunkt Lauterbach, Bad Hersfeld, Fach, Thüringen, Rhönradweg, Mittelpunkt Abschnitt Philippstall, Werra, Hilderswererradweg, Mittelpunkt Philippstalli-Messradweg, Mainradweg, Mittelpunkt Hanau. Abschnitt Bad Hersfeld, Fulda, Bad Hersfeld, Schenklusfeld, Fach, Geyser, Tann, Hilders, Fulda. Abschnitt Fulda, Hartmannshain, Fulda, Pfortersee-Schlitz-Badsalzschliff-Lauterbach, 283 Meter, Herbstein-Ilbishausen-Hochwaldhausen-Grebenhain-Hartmannshain, Höchster Punkt, 580 Meter. Abschnitt Hartmannshain, Hanau, Hartmannshain-Oberseemen-Gedern-Hirzenhain-Lisberg-Ortenberg-Stockheim-Glauburg-Altenstadt-Höchst-Windecken-Mittelbuchen-Hanau-Wilhelmsbad-Schloss-Philippsruhe-Hanau. Abschnitt Hanau, Hartmannshain, Hanau, Langenseelbold, Gelnhausen, Wächtersbach, Bierstein, Hartmannshain. GPS-Daten frei zugängliche GPS-Daten der Strecke auf der Seite des Vulkanradweg, im GPX-Format, htgp.www.bahnradweg-hessen.dr.gpstreck.html. Literatur und Kartenhinweise Übersichtskarte der rote Faltblatt zur Route, PDF-Datei mit 4 MB. Faltblatt. Faltblatt.